Hier ist ein Blick hinter die Kulissen von unserem Pitch bei die Höhle der Löwen. Während der gesamten Aufnahme der Sendung wurde akribisch darauf geachtet, dass sich Löwen und Gründer auf keinen Fall vor dem Pitch sehen. Einfach aus dem Grund, damit der Erstkontakt tatsächlich erst in der Show ist. Von Hören hat allerdings niemand etwas gesagt. Denn kurz vor unserer Aufzeichnung hat ja schon ein anderes Startup gepitcht und da haben die Löwen sich natürlich miteinander unterhalten. Als wir dann hinter dem Tor standen, war das für uns ein echt besonderer Moment, die Löwen das erste Mal im echten Leben zu hören und nicht nur in Podcasts oder im Fernsehen. Wir hätten jetzt schon echt was zurufen können, aber das hätte vermutlich auch nicht wirklich was gebracht.